ARD Text im Auftrag von Funk Das soll nicht mein halbverdientes Pupsgeld hier liegen Jetzt gebe ich was aus Habe ich gerade beschlossen Pups Und jetzt wird mit Mana gespart Damit ich gleich schön hier schocken kann und so Am Anfang war das ja noch ziemlich witzig hier mit den Typen, aber So haut das ein bisschen rein Ich habe die so geschockt, 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 geschockt und dann war ich ein bisschen geschockt Tudam Passiert Das ist genau noch weg Habe ich vor, viele Dinge zu behausen Hätte auch natürlich hier ein Schlafsaal reinbringen sollen aber ne ich mag es wenn die beiden nebeneinander sind Finde ich immer gut Oh, ich kann die theoretisch erstmal trainieren. Bis Level 4. Trainingsraum. Das wäre mir schon lieb, wenn die das machen. Du gehst schlafen, du gehst trainieren, du gehst trainieren, du gehst trainieren. Bis Level 4 kann ich die ja hier trainieren, das ist ja kein Ding. Das ist du. Arschl. Ich denke dafür ist auch das ganze Gold hier in der Nähe gedacht. Also hier darf ich schon mal nicht weiter buddeln. Hier ist die Grenze. Da kommt noch Gold. Okay, wir haben das schon noch rausgenommen. Hier liegt noch Gold rum. Ich hab über mein Gold liegen lassen. Überall. Voll die Assis. Ah, ihr habt vier Nudeln. 41.000 doch, das sollte ich bezahlen können. Warte, wir machen sogar noch eins größer. Bis Level 4 können die hier trainieren, glaube ich. Da haben wir sechs Level 4 Geschöpfe gegen Level 3 Geschöpfe und ein paar 3 Millionen andere Geschöpfe. Passt, oder? Dann sollte ich die aber healen anstatt die anderen zu shoppen. Training. Verteile dich mal ein bisschen. Jetzt kommt ja wieder die Meldung, der Trainingsraum ist zu klein, mein Lord. Wie hat der Fall? Oh, Falterkammer! Genau, ich weiß. Warum? Das ist wichtig. Da Kurokonsum und so steigt... Ich hab ja nichts dagegen, wenn man trinkt, aber trink bitte in Maaßen. Ist viel angenehmer. Juter Gerke. Rischisch vorbewerfen. 750... Werkstatt hab ich... Hab ich ne Werkstatt? Ich hab keine Werkstatt. Das ist natürlich ungünstig, ja? Machen wir hier Werkstatt. Rückstllllllllllll. Rückstllllllllllm. Das war's ich nur noch essen, geht. Mal wieder trainieren gehen, find ich gut. Ich war doch immer überlegen, ob ich die hier rein sperre, aber ich hab ja noch keine Türen, da habe ich keine Trollen. Ja, das ist wirklich toll, ich bin noch nicht richtig im Kopf. Falterkammer brauche ich noch, genau. Die bauen wir mal im großen Stil, nicht hier hin. Mir ist zu viel Platz verschwinden. Oh, naja, kann ich nicht erst mal hier hin bauen. Guck mal, eben hatte ich noch so viele Räume, ne? Und jetzt habe ich keinen Plan, was ich hier reinbauen soll, weil ich halt die großen Räume hier nicht irgendwie unnötig zubauen will mit irgendeinem Scheiß. Ich mache das jetzt noch die Werkstatt werden. Genau. So gefällt mir das nicht. Machen wir so, ich rechne meine Regeln, und machen wir so einen offenen Raum. Und dann, was sich begeiern, die sich halt gegenseitig ist mir scheißegal. Level 2, Level 2, Level 2, Level 2. Finde ich ja gut von euch. Also so trainingswütig bin ich nicht. Ich bin und bleib ein Lauch. Ohhhh. Immer diese enge Stimme. Voll krass. Okay, machen wir noch eins dazu. Wollt ihr noch eins machen, aber nee, ist zu wenig Platz. Ah, eine Werkstatt. Jetzt haben wir auch wieder das berühmte 4x4 Schema. Und passt. Und da ist ja noch was. 4x4. Hier haben wir nicht 4x4. Hier können wir auch gar nicht 4x4 machen, weil hier Felsen sind scheiße. Hier haben wir 4x5. Das ist ja auch in Ordnung. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Oh. Scheiße. Oh nein, die sind selbst durchgedrungen. Fuck. Ich soll ihn mal betreiben und dann machen die anderen nun fertig. Fuck. Fickt euch doch. Ja, jetzt sind wir im Arsch. Hol den. Holt einer den ab. Danke. Fuck it. Wir sind Magier und sonst was. Alter, die sind viel zu krass. Oh Leute. Hallo. Hello Tricks hier. Äh. Ne. So bin ich. Fuck. Ohne Witz. Es ist abgeschmiert. Vollkommen am Arsch. Aber hey. Ich wünschte er das schon. Mich stört das. Meine Güte. Muss es immer sein. Ist auch nervig. Aber ich hab jetzt mal eine Schnellspeichertaste. Überleg mal gucken ob es so. Weil es spricht immer ab, wenn ich auf das Kip drücke. Und das ist auch schon ein bisschen nervig. Ne. Da wollte ich gar nicht lange bauen. Da wollte ich. Ich wollte jetzt. Dass sie so lange brauchen wie möglich. Bis sie bei mir sind. Die sind schon fleißig am Turnier. Sind die anderen drei. So was. Warte auf dir. Ne. Sag mir nicht was sie machen wollen. Ach. Ihr wird pennen. Komm. Sag doch doch. Ich will jetzt auch pennen. Äh. Hab gerade volle Müdigkeitsschub. Das ist eigentlich ein bisschen wenig. Aber egal. Ihr braucht eine Schatzkammer um euer Gold zu ladern. Deine Mama braucht eine Schatzkammer. So. Jetzt bauen wir mal ganz und lad. Übrigens was hat nicht mitbekommen. Ich habe eben noch versucht. Warte hab das wieder aufgebaut. Aufgebaut ja alles. Woll ich kratzt. Ach. 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 Ich glaub da gibt's auch so einen minimalen Einschnitt von. Gleich weil die Datei ist ungefähr 143Kilo bei der großen. Ach. Und das ist dann direkt abgeschmiert. Ach. Weil ich halt speichern wollte. Und ESC mag dieses Spiel nicht. Nein. Das ist ganz böse. Ähh. Hier kommt der Kärger rein. Aber eben haben wir halt so. schon mal immerhin eingeschöpft staunen bekommen ne? ist ganz groß ach Alter was seid ihr für Bob's? Level 3 und 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 nun. Komm sei kein Noob. Du kostet mir Geld. Sei kein Noob. Boah Alter hab ich so unwehe. Du bist eigentlich der größte Haufen Scheiße, den ich habe. Guck mal, selbst der Impft-Level ab. Jedoch, ey. Vorbestick Scheiße. Ich bin Level 4, könnt ihr hier kommen, ne? Äh, äh. Gerka war das. Gerka, Gerka. Ich schweife immer nur mein Gedanken ab. Das ist ganz normal. LCLL mit Blado... Ne, er ist da nur Blado... Ja genau, scheiß Closer-Phase. Sieht da mal, ich sollte eigentlich jetzt gerade für euch lernen. Also, was für euch jetzt? Für mich? Egoistisch, ja. Für mich lernen. Und jetzt... Ist das aber ganz anders? Ich dachte schon, er wäre ein Vampir. Ich dachte schon, er wäre... Level 8, Alter, krasser Scheiß. Aber Level 8 ist gar nicht das höchste, glaube ich. Da habe ich letztens vor ein paar Folgen Vollballstück geredet. Und es ist voll anders und so. Ähm... Genau, hatten wir eigentlich gerade Klausur-Phase. Also, wir nächsten zwei Wochen durchgehend. Und... Kann Bock! Ich drück mich grad total. Kann Bock auf Spanisch, Engels und... Sprachen. Bin ich gar nicht schlecht drin theoretisch. Außer in Spanisch. Und das kotzt mich an. Okay, ich habe mich schon ein bisschen arm gemacht. Bedeutet... Wir müssen irgendwann noch Gold herkriegen. Scheiße. Seid ihr auf Level 3? Seid ihr auf Level 3? Seid ihr auf Level 3? Die kommen gleich schon! Ich sie sich schon! Hallo, Level 4, find' ich doch nice, aber ihr könnt jetzt hier nicht mehr trainieren, Niko, und die L4 macht noch weiter, ach du, gibst jetzt auch Level 4, okay du haust auch ab, so, aussortieren, und ihr kommt dann nicht mehr raus, bis ihr nicht Level 4 seid. Na, ich dachte schon, ich hab's abbrochen, ey, ich hab dich mal davor geschlagen. Warum Effizienz 18? Das hat man ein bisschen besser gelaunt. Ja, man, ob welche wichtige Ressourcen und so, ne? Oh, ja, oh Gott. Kann schon, wie kommen sie angelaufen? Meine Imps, leben meine Imps noch? Was machen meine Imps? Ach, das machen meine Imps, genau. Ach, ne gute Frage, leben meine Imps überhaupt noch? Jetzt bin ich A, so, seht ihr, da bin ich A. Folterkammer! Volle Geistesblitz, Folterkammer! Ich hab da gar nicht das Gold für. Jetzt gleich hab ich das Gold dafür. Jetzt hab ich das Gold dafür. Jetzt hab ich das Gold dafür. Wir müssen aber erstmal ne kleine bauen. Erstmal ne 3x3. Ach, verarsch will ich mich. Das Herz eures Dungeons wird angegriffen. Oh, Alter. Mach die Maus bitte. Bring ihn weg, bring ihn weg. Einer schon neu, ich bring ihn jetzt weg. Wer ist? Vielen Dank.